Mein Name ist Martin Hüttemann, ich bin 33 Jahre alt und arbeite seit zwei Jahren im Steuerbüro Thomas Siese. Hierher gefunden habe ich durch einen Bekannten, gemeinsam Bekannten von Herrn und Frau Siese und mir, das ist der Peter-Reininghaus, der hat mich hier empfohlen. Ich habe mich vorgestellt und wie man sieht, vor zwei Jahren bin ich als Quereinsteigerin hier eingestellt worden, hauptsächlich für Assistenztätigkeiten für Herrn und Frau Siese, aber auch Organisationsarbeiten unten in unserer Zentrale. Allerdings habe ich jetzt in zwei Jahren festgestellt, beziehungsweise auch schon natürlich früher, dass ich einfach mehr möchte und dass mir der Bereich Lohn und Gehalt sehr gut gefällt, auch dieses Zusammenarbeiten mit den Mandanten. Ja, dann habe ich im letzten Jahr erfolgreich die Schulung, Fachkraft, Personalwesen in Lohn und Gehalt abgeschlossen, habe jetzt auch meine eigene Mandanten, die ich betreue in dem Bereich Lohn und werde auch in Zukunft noch die Fachassistenz in Lohn und Gehalt machen, damit ich meine Kolleginnen einfach noch mehr unterstützen kann und noch mehr Mandanten in dem Bereich Lohn bearbeiten kann. Hier sind wir in unserem Aufenthaltsraum, Schrägstrich Wohlfühloase. Wie man sieht, neben mir ist die Massageliege noch aufgebaut. Einmal die Woche gönnt uns Herr Siese eine Massage zur Entspannung. Die Masseurin war heute auch wieder da. Ja, was machen wir sonst noch hier im Raum? Wir kickern, wir haben Spaß, tauschen uns aus unter uns Kolleginnen. Oder auch wenn man einfach mal einen stressigen Tag hatte und der Kopf ist heiß gelaufen, dann kann man sich hier ein bisschen entspannen, abkühlen, einmal durchatmen und dann geht es wieder frisch in den Tag hinein. Und übrigens, ja, ich sage extra, Kollegin, nicht, dass man sich wundert, der einzige Herr hier im Haus ist der Herr Siese. Selbst unsere Bürorhunde sind weiblich. Ja, was noch dazu kommt, was wir natürlich alle großartig finden hier in der Kanzlei, ist der Work-Life-Balance-Day, den wir eingeführt haben. Sprich, den letzten Freitag im Monat haben wir frei, die Kanzlei ist zu und wir können alles erledigen, was wir unter der Woche nicht geschafft haben und unsere Termine wahrnehmen. Ich freue mich schon sehr, da ich nächstes Jahr auch einen Firmenwagen bekomme, ein Elektroauto. Wir haben zwei Ladestationen bei uns am Gebäude und viele meiner Kolleginnen fahren schon Firmenwagen, natürlich alles Elektroautos, weil wir eine nachhaltige Kanzlei sind. Ja, wie man im Hintergrund sieht, der Kreisel ist immer voll mit Autos, ab und zu gibt es hier Ruperei-Aktionen, aber unsere Fenster sind dicht, davon kriegen wir nicht viel mit. So, ich bin jetzt auf dem Weg in den Edeka, der ist direkt gegenüber von unserem Büro und kaufe für die Kolleginnen ein bisschen Eis, weil heute ist es wirklich wieder sehr, sehr warm. Und so eine kleine Abkühlung ist ja nicht verkehrt. Was ich noch zum Abschluss sagen wollte, ich wurde mit dem Team Siese wirklich sehr, sehr herzlich aufgenommen. Das habe ich jetzt immer noch in Erinnerung, wie dieses Begrüßungsschild an meinem ersten Tag dastand und mich begrüßt hat. Das war einfach großartig. Ich habe sie, jetzt kann man lecker essen. Das war einfach großartig. Untertitelung des ZDF, 2020